Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Bitches of the Forest. Moin. Was? Bitches of the Forest? Ja. Das war nicht werbefreundlich, dafür muss sich jemand umlegen. Shotgun haben wir jetzt neuerdings. Wer nicht weiß, wo wir die haben, Stream gucken. Genau, Stream gucken von letzten Freitag. Und der frisst sich ja mit der meine Bären auf. Was ist denn mit dem los? Der soll die nicht auffressen. Ja, wenn du weißt, was das letzte Mal passiert ist. Ja. Nein. Ich zeig's nochmal. Warte, warte, warte uns zu, dass der immer so perfekt den Kopf dann schüttelt. Alter. So, jetzt weißt du wieder, ne? Was wir heute treiben, ach ja, wir haben übrigens auch die Schaufel gefunden. Genau. Deswegen gehen wir heute mal auf Bunkerjagd. Wo ist eigentlich mein Ride? Da auch im Haus. Ach, da auch. Diese sexy Autos hier haben wir auch gefunden. Yes. Ach so, die fahren auch. Also die sind jetzt im Update dazugekommen. Die fahren auch mit Batterien. Ne? Die fahren mit Batterien, ne? Äh, ja, allerdings, kann sein. Ich weiß nicht, ob das der Zustand ist oder die Batterie. Allerdings hatte ich's noch nicht, dass auch nur ein Balken davon bisher weggegangen ist. Also... Ja, ich überleg nur gerade, weil ich hab keine Batterien mehr im Inventar. Nicht, dass ich gleich irgendwo in der Höhle stehe oder sowas. Ne, ne, du brauchst die nicht. Also, wenn das der Batteriestand ist, dann hält der so ewig lange. Nö, dann nehm ich noch mal ein paar Mädchen mit. So, äh, was soll ich sagen? Wir gehen heute zu nem Bunkerhöhle irgendwas. Da, der grüne höchende Punkt. Deswegen fahren wir mal hier den Berg hoch. Na, dann können wir dann direkt auf die Straße von da aus. Das ist dann einfacher. Straße. Ja. Weg. Vielleicht finden wir noch ein Elch. Ich hab nämlich nix mehr zu essen. Was? Woran häng ich hier eigentlich fest? Dieses Ding kann so schnell fahren, aber wenn dein kleinster Stein kommt, dann bist du so... Ich hab ein Elch gefunden. Hab ich auch. Projektur, der Elch hat mich gefunden. Muss man ganz kurz den Headshot verteilen. Ich hab gerade mit meiner normalen Handpistel einen Single-Shot gemacht und der ist einfach gestorben. Ja, das ist passiert. Nice, Alter. Nice. Erstmal aufschlitzen hier. Alter, komm ich zu dir. Dann muss ich nicht noch eins töten. Seit wann sind wir so tierlieb? Ähm, im echten Leben tatsächlich schon immer. In dem Spiel hier. Keine Ahnung, hab ich gerade ausgedacht. Nur seit gestern, ne? Ja. Gut, push. Schön, dass ich mir jetzt die Steine genommen hab. Ja, ausgenommen. Du bist ja schon. Nur ein Fleisch bekommen, ja, stimmt. Dann musst du auch noch ein Vieh dran glauben. Mäck, mäck. Ist mein Ding? Ich hab das geklaut, du musst das da auch auf anderen Minuten. Oh, Junge, ich bin so schnell. Dann. Hier läuft doch bestimmt noch irgendwo eins rum. Ah, da vorne. Da hab ich schon eins. Ja, ich hab ihn in den Nacken geschossen. Ah, ich in den Kopf. Ja, ich stand einen Meter neben ihm. Also, ich hätte ihn eigentlich auch im Kopf treffen sollen, aber... Das Spiel sagt nein. Kennt man ja. Na. Ah, hier ist die Waldstraße. So, wo ist jetzt schon wieder mein Ride? Ich hab's diesmal nicht genommen. Ne. Ne, hast du nicht. So. Wo sindst du denn? Hier. Hier kann ich tatsächlich echt wenig anfangen. Die Straße entlang erfahren. Schön, dass ich dich auf dem Map nicht sehe, aber dafür dann ein Fahrgerät. Geh weg, du hinter dir. Gott, da hat sich wieder so ein Busch durch die Gegend. Das ist jetzt wirklich so ein verstümmeltes irgendwas ohne Arme und Beine, ne. Und der Kopf fehlt auch. Ist hier gerade ein Hirsch einfach gespawnt? Willst du mich verarschen? Das ist jetzt nicht so der Begriff von tierfreundlich. Einfach im Vorbeigehen einfach mal so. Paff. Ich sehe schon, wir brauchen hier wieder viel zu viel Zeit mit diesem... Ich kann noch gar kein Fleisch mehr einsammeln. Wenn du noch Fleisch einsammeln kannst, dann bedienlich. Wir wollen wieder irgendwas machen, aber auf dem Weg noch tausend andere Sachen. Jetzt kann ich auch gar kein Fleisch mehr. So, dann weiter geht's. Verfräschung gleich da hier oder nicht, zum Berg hier hoch. Mech, mech. Schaufeln raus. Da eckt doch ab von der Karren hier. Now we need to dig. Let's dig in. Schön, dass ich hier gerade meine Schaufel in den Kopf gerammt habe. Sehr schön. Das gefällt mir richtig gut. Ich finde es schön, dass ich auch einfach so einen Meter daneben grabe. Glaube ich. Da müssen wir hier hin. Ach doch, war ich doch wichtig? Okay. Das ist dunkelgrauer, müssen wir ausgraben. Das andere ist, glaube ich, dein Beton, ne. Ich grabe gern Beton. Alter. Geht's noch? Diese Mörder von den Viechern. Junge, ich hole die Shotgun raus. Dieses dumme Lied. Lauf doch nicht weg. Mit der Pumpgun. In die Bank dann. Oh, das war ein Headshot. Ups. Ach, da hinten. Da hinten kürt auch der Calvin wieder. Ja, super. So. Kollege, nimm doch mal das Navi aus der Hand, dann hast du auch eine zweite Hand zum Graben. So, jetzt frei. So. Aufmache. I poke it. Main entrance A. Ach, ist das dann jetzt das, was wir letztes Mal im Stream gefunden haben unter der Erde, dieses komische Leuchteling? Äh, indirekt. Das jetzt noch nicht. Ich will da nicht rein. Nur eine kleinere. Wirst du da rein? Ja. Taschenlampe. Nein, nicht Leiter, sondern Licht. Nein, ich will kein, ich will nicht das Funzelding. Bei Armband wollen, was soll ich denn damit? Und eine Solarplatte. Ja, ich, äh, ich komm dann auch mal hier runter. Ja. Oh, der Ladeskrin, der war jetzt aber nicht so schön smooth. Nein. Oh, Solarzellen. Ist noch ein Patron. Warum auch immer ein Arbeiter. Kann ich die sogar bei der Bruna auch irgendwie einsammeln? Ja. Vielleicht hast du schon so viele. Ich hab eine. Achso. Also das war jetzt die erste. Will ich auch da sicher irgendwo reinmachen oder so? Nein, nein. Ist schön hier. Der ist fast leer. Ist das ein, ein, ein... Ja. Roboter. Schau, so Roboter. Ich mach das genauso mit dem von meinem Pfarrer. Ich lauf da so lange drauf zu und rein, dass es kaputt geht. Ich hab ihn erschossen. Ich hab ihn erschossen. Oh. Ernten bewegt sich beim Licht trotzdem was. Äh, Sekunde. Ich hol mir kurz die Schrottgun. Schrottgun war ein Ding. Na, ich glaub, das sind noch Babys. Oh, ist das egal. Äh. Aufräumenkommando. Demokratie. Demokratie fliegt ganz schön tief heute. Ah. Ich hab auch gesehen, es gibt auch irgendwo so einen Bunker, wo man sich so, ähm, einen Katana holen kann, ne? Hier gibt's Crunchies. Geil. Das kommt aber noch deutlich später. Wie, Crunchies. Aber ich kann keine mehr aufnehmen. Dann ist die Sau direkt. Gibst du den rein? Plattencover. Hier ist der Laseraufsatz. Der Latzeraufsatz. Ja. Und ein Brief. Es ist so hell. Team, this afternoon I was discovered that a painting from Mr. Pufstens personal collection has gone missing. If anyone has known, please check. Oh, hier ist die Keycard. Ist der 3D-Drucker. Du hast jetzt, du hast jetzt so Pfeile ausgedruckt. Das war jetzt, äh, also, die brauchen wir nicht. Sorry, wollte mal gucken. Du kannst hier, du kannst da wählen. Echt? Ach, das ist so ein komischer, ach, das ist so ein Ding. 3D-Drucker, ja. Du kannst jetzt hier, kannst du wählen. Oh, gehen wir mal Trinkflasche. Den Schlitten. Den Schlitten ist auch gut, ja. Den Schlitten und die Trinkflasche. Das brauchen wir eigentlich. Cooles Gerät. Und wenn wir die beiden Sachen haben, können wir eigentlich komplett auf, äh, Tech-Mesh gehen. Weil das brauchen wir für Rüstung. Hier ist ein Bett. Ich speichere mal aus Prinzip. Für diese 3D-Drucker brauchen wir halt diese... Oh, aber eine Trinkflasche. Cool. Für diese 3D-Drucker brauchen wir halt... Dieses Druckerharz, ne? Genau, Druckerharz. Aber die kann man nicht mitnehmen, ne? Nein. Schade. Oh, hier ist ein Laptop, den können wir jetzt kloppen. Und so, ja. So, ein noch schönes hier. Fernseher, da kann man auch übrigens... Echt? Ja, stimmt. Du kannst noch eine Trinkflasche haben. Natürlich nicht, ich habe schon eine. Dann machen wir jetzt die Sitzschale. Den hier? Ja. Dann brauchen wir aber 1045. Hier ist aufgefüllt. So. Oh. Ja, das Bad hast du mal nötig, aber... Vielleicht solltest du das Wasser mal wechseln. Vom Buch. Nimm Sound. Whatever. Hier gibt es noch Klamotten. Oh, ein ganz feiner Anzug. Warte, ich probiere mal an. Da ist er. Sieht unter meiner Rüstung bestimmt... Oh ja. Oh, du siehst edel aus. Richtig edel. Mit meinen fleischigen Händen. Ey, guck dir mal diese Mondspülung her an. An welche Marke erinnert dich da? Das ist aber schon... Also, das sollte man nicht trinken. Geil. So, was mit meinem 3D-Drucker? Uh, ja. Das sieht auf jeden Fall richtig aus hier. Nimm dir. Ich habe einen Schlitten collected. Wie kriegst du das? Digga, ich kann dir Sachen geben. Ach Gott, der liegt da oben, der Schlitten. Yay. Ich kann... Oh, willst du denn eine Auster haben? Hier, bitte. Ne, das ist nur... I don't need the Auster. Kannst du mal, würde ich gerade den Rest hier auffüllen? Ne, ich habe gerade einen Baby-Sekunde. Mit dem 3D-Drucker? Beim 3D-Drucker würde ich auffüllen. Danke. Resin, Alter. Fleisch. Ich kann eigentlich die Taschen ab dem Weg packen. Wir brauchen gerade nur eine Batterie. Ich mach mal jeden Feuer. Ich kann mir hier ein Feuerchen irgendwo machen. Auf der Couch, natürlich. Nicht auf dem Boden, auf der Couch. Ich habe gerade eine Platte eingesammelt. So eine Platte. Ja, da auf den... Oh, okay. Was ist... Antiklimatisch, sage ich mal ganz ehrlich. Ist mir egal. Ich brauche aber auch ein Feuer. Ja, aber auch Fleisch. Man, du... Ob das jetzt nicht ausgeht. Oh, ist es nirglig. Jetzt gerade. Alarm. Das war jetzt aufschießen, ne? Food American Way. Einfach draufschießen. Hier auf dem Bild siehst du übrigens schon, ähm... Ich wollte das Fleisch gerade einfach weg, ne? Ja, aber ich bin schon voll mit Fleisch. Ich muss mal kurz mit welches reinschmeißen. Nom, 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 nom. Das hier ist doch vergammeltes Fleisch. Das kann doch bestimmt einfach raus, oder nicht? Dörnfleisch. Ach so. Auf welchem Bild sehe ich was? Hier, da vorne das Gemülde, was da steht. Da siehst du schon die goldene Rüstung und das Katana. Ah, ja. Fiss dich, Baby. So, äh... Ach so, wenn man es echt befähigt und drucken hier dann... Ja, also wir könnten... Also, was wir jetzt halt noch brauchen, ist jede Menge von diesem Tech-Mesh hier. Ja. Aber da haben wir es halt nicht mehr genug für. Zum Drucken oder was? Ja. Ja, dann können wir beim nächsten Mal wiederkommen. Hier drüben waren wir, glaube ich, noch nicht. Hier ist nichts. Ja, doch, jetzt noch ein bisschen loot. Uh, Feuerwehr axt. Ui. Lampen. Solarpanele. Druckerharz, ui. Das ist wichtig. Solarplatte. Kusschrauber. Wo hast du Druckerharz gefunden? Da gibt es noch ein paar Drähte. Ja, ja, ja. Seil. Das ganze Scheiß, der hier auf dem Boden rumfliegt, ey. Ja. Wo Fußballspielen mit den Müllsäcken. Ja, war ja auch hier irgendwas drin gewesen, ne? Die ganze Glipsche hier oben. Ja. Hm. Hm. Ich finde schön, wie die Bude hier immer noch am Brennen ist. Wenn ich so ein Feuer so lang brennen sehen, ne? Oh, man kann das Feuer mit der Feuerwehr aushauen. Realistisch. Hier hängt so ein halbes Baby aus der Wand raus. Ich bin mir nicht sicher, ob das tot ist. Warte, ich habe da nochmal eigene Mittel, das zu testen. Gehen Sie mal weg. Nee, ich bin aus dem Weg. Ja. Ist tot. Jetzt liegt das gegrillte Ding hier an der Ecke. Oh, nee. Es klappt immer noch eins. Ich bin schön, wie die klassische Musik dazu, wie wir Sachen sprengen. Ja, ich glaube, wir sind hier fertig. Kann das sein? Ja. Aber jetzt haben wir zumindest schon mal die Keycard. Damit können wir eigentlich weitermachen. Bei den ganzen Höhlen. Und Bunkern. Ist so eigentlich das Grund. Ach, diesen einen haben wir doch auch schon mal gehabt. Da diesen... Mit dem Namen. Dieses Labor da. Oder was das war, ne? Genau, da brauchen wir zum Beispiel auch die Keycard. Ist schon wieder dunkel. Da oben steht schon wieder jemand. Wo? Magiere, da stand jemand. Shotgun! Wer ist mein Shotgun? Ah, nee. Das ist ein großer, der steht schon wieder auf. Ist er tot? Ja. Jetzt auf jeden Fall. Was ist das? Was ist das? Ein Wurm. Oh, Wurm. Was ist mit dir denn? Es ist tot. Dann haben wir wieder beide was zumbekommen. Ja. Okay. Aber was bist du? Ich wäre ja von so einem Ding angefallen, Alter. Der sieht nicht gut aus, der Kollege. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Also eigentlich sage ich das nicht, aber der Typ sieht jetzt nicht so dick aus. Hier liegt ein Bein. Egal. Und kein Kopf. Das ist geil. Hier liegt ein Bein ohne Kopf. Oh. Wo ist denn hier der Drüstele? So. Dann fresse ich nochmal ein bisschen Medik. Und eigentlich können wir doch jetzt sonst auf den Weg nach Hause machen, ne? Ja. Target erreicht. Ich kann noch ganz kurz hier Zelt aufbauen und dann... Etwa das Licht anschalten? Dann, äh, ja mal speichern und pennen. Speichern und pennen. Das klingt gut. So. Speichern und pennen. Speichern und pennen. So. Achso. Ich hab nur gespeichert. Dacht mir so, warum wird's nicht hell? Haaa. Du, du fuckst, du. Bei mir ist der Stock. Ja, bei mir diesmal auch. So. Ich stehe bei dem Bunker. Haaa. Haaa. So. Dem, dem, dem. Ja, Calvin. Gut, dass du jetzt da bist. Wir gehen nämlich wieder. Warte mal, dass wir das Ding hier nochmal angucken, wenn es hell ist. Sieht's schon? Ekelhaft aus. Ja, dezent so. Vor allem jetzt ist es ja, also, naja. Können wir dann ja beim neuen Haus, können wir dann auch über ne, so ne Wand nachdenken. Und irgendwelche Defensive Maßnahmen. Defensive Maßnahmen, das klingt gut. Beziehungsweise, ich bevorzuge einfach nur einen Wall aus, so Aufspießstöcken drumherum. Weil so ne Wand, da siehst du ja nix. Das ist doch der Sinn, der ich nicht sehe. Dann will ich auch nichts davon mitkriegen, wenn da irgendwer oder was kommt. Naja, die kommen aber früher oder später durch die Wand durch. Außerdem sieht's halt kacke aus. Den würde ich vorschlagen, eher Stöcke oder ne Kombi zu machen. Ich gönne mir erstmal hier ein bisschen was aus diesem vermorderten See. So. Gegen den Bomben gefahren. Die Dinger können auch springen, ne? Ja. Jo, äh, ja. Ich bin fast ins Haus rein. Nächster Anlauf. Ich bin mal wieder vollkommen durch den Baum rasiert. Ja, ich bin stuck im Obergeschoss. Aber außen. Ich nicht. Ich bin angekommen. Ich, äh, ich, ja, ja, komm, rein da. Ich bin drinne. Ich nicht. Ich hab die Tür genommen. So, dann würde ich sagen, speichern wir jetzt hier einfach nochmal. Und dann ist es doch schon wieder das alles gewesen für diese Folge. Ja. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und dann im nächsten Stream, wo wir dann vielleicht anfangen umzuziehen. Denn wir wollen uns ja neue Häuschen bauen. Irgendwo an einer schicken Stelle. Die suchen wir uns dann nächste Folge. Und das Haus wird dann auch mal ein bisschen schöner. Ja, das wird dann mal hausiger. Ich habe übrigens noch eine Brücke gebaut, falls ihr noch mal gesehen habt. Fällt mir auch gerade einfallen. Gönne mir die Brücke. Ja. Ja. Kann super laufen. Schön. Fertig. Damit dann. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss. Tschüssi. Tschüssi.